Die Mamba Keine Bewegung! Wer sind sie? Ich bin die Mamba und du bist tot! Scheiße, Entschuldigung! Ich bin die Mamba und du bist tot! Ich habe einen neuen Auftrag für dich! Eine so strengke Chemie-Mission, dass der Auftraggeber die zwei gefährlichsten Terroristen anheuern will. Einer davon bist du! Der andere ist... Die Mamba! Die Mamba? Oh mein Gott! Aus Stahl! Ich bin international gesuchter Geheimagent und Auftragskiller. Sie leiden unter Wahnvorstellungen? Nein, das glaube ich nicht. Aus Wien. Hussein Sarivi, ich bin der Leiter von Ihrer Sound-Abteil. Ich habe aus mir normales Keks, aber es ist kein normales Keks, denn ich habe beigemischt kieselsaures Calcium mit Sulfat. Aus der Tau. Sir! Ich kann erfahren! Ich bin vom CIA. Amerikanischer Geheimdienst, schon mal gehört? Jo. Das ist die Adresse. Gut merken! Jetzt, ich habe mir die Adresse nicht gemeldet. Können Sie noch einmal aufschreiben für mich? Es hat so schnell gebrannt. Ihre Kontaktfrau wird Sie sicher nach Casablanca bringen. Oh, Italien. Sehr schön. Ungläubige! Ich spürt meinen Zorn und fürchte bei der Rache. Bist du Mädchen oder bist du schwul? Hä? Ich werde Gottes Schwerter in uns eine Flamme! Ich habe Blähungen und einen kleinen Schwanz! Ich bin verheiratet. Ich habe eine Frau. Ich habe eine schreckliche Frau. Was ist eigentlich mit deinem Akzent passiert? Ich spreche doch ganz normalen, basischen Akzent. Hä? Ja, aber das klingt doch sakrisch-schwersisch, was ich da rede, oder? Wir beide. Unsere besten Stücke abschussbereit in den Hetsammer. Die Mamba. Gefährlich-lustig. Wir beide. Unsere stahlharten Dinger in den Schistfäusten. Fahr schneller. Es ist schon ganz schön spät. Es tut mir leid, dass ich so ängstlich bin. Nur heute Nacht... Uns passiert nichts. So wie jedes Jahr. Wow, wow, wow!